Salzgitter, am Dienstag klingelten zwei Unbekannte an der Haustür eines älteren Ehepaares. Beim Öffnen schlugen sie brutal und ohne Vorwarnung auf die 83-jährige Frau und ihren 87-jährigen Mann ein. Die Frau überlebte den Angriff nicht, der Mann wurde mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht. Ob aus der Wohnung etwas entwendet wurde, ist noch unklar. Spezialisten der Spurensicherung untersuchen den Tatort. Genauere Angaben zu den Tätern liegen nicht vor. Die Polizei bat um Zeugenhinweise. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung. BR 2018